Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Künzelschau aus dem Künzelsauer Rathaus. Heute Abend am Freitag ist das letzte Mal Sommer in der Stadt am Ochsen. Wird Musik gespielt und ihr könnt wie immer mit dabei sein. Und an dieser Stelle sei allen herzlich gedankt, Vereinen wie Musikern und Gastronomen und allen, die daran mitgewirkt haben, dass wir so einen tollen Sommer in unserer Stadt hatten. Das Wetter hat nicht immer mitgespielt, aber die Stimmung war grandios. Ihr seid also heute Abend wieder mit dabei und danach geht es weiter ins Mitternachtsshopping. Auch hier könnt ihr super einkaufen und eine tolle Zeit in unserer schönen Innenstadt verbringen. In dieser Woche war auch was los. Wir hatten nicht nur Gemeinderatssitzungen, sondern auch zwei Tage Strategiesitzungen mit dem Künzelsauer Gemeinderat. Und wir haben uns mit der Strategie 2030 beschäftigt und mal geschaut, wo stehen wir momentan, wo wollen wir 2022 sein, haben Ziele und entsprechende Maßnahmen formuliert. Und das wird sich dann in der Haushaltsplanung dann noch niederschlagen. Und bedanke mich ganz herzlich beim Künzelsauer Gemeinderat für das tolle und engagierte Mitwirken für unsere Stadt. Ja, und wir haben eine neue Aktion für euch vorbereitet, nämlich fragt den Bürgermeister bis Anfang Oktober. Habt ihr Zeit und ihr könnt mir eure Fragen schicken und ich werde sie in einem separaten Video beantworten. Also nur drauf los. Und zusätzlich dazu gibt es die Bürgersprechstunde ganz wie gewohnt per Video, per Telefon oder auch mit Maske und Abstand persönlich im Künzelsauer Rathaus. Wann die nächste ist, erfahrt ihr natürlich auf unserer Homepage oder in der Videobeschreibung. Und mit diesen Informationen wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Bis bald. Wann die nächste ist, erfahrt ihr natürlich auf unserer Homepage.